Hallo und ich grüße dich wieder zu einem neuen Tutorial. Heute soll es darum gehen, wie du zum Beispiel in Strato deinen eigenen Webserver aufbaust und das auch auf mehrere Domains machen kannst. Also nicht nur eine Domain, sondern mehrere. Weil per Default, wenn du Apache installierst, kannst du ohne Probleme damit eine Domain und einen Webserver damit betreiben, aber das kannst du auch mit Multidomains. In diesem Tutorial soll es erstmal darum gehen, wie installierst du Apache. In dem nächsten Tutorial geht es dann darum, wie du das ganze konfigurierst und ich mache das ganze auch als Beispiel mit zwei wirklichen Domains. Okay, fangen wir erstmal an und installieren Apache. Ich habe hier bei Strato Ubuntu installiert und jetzt mache ich erstmal ein apt update und 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 apt upgrade minus y oder jetzt in dem Fall. Das drücken wir ab. Da ich das schon im Vorfeld gemacht habe, wird das hier ohne Probleme durchlaufen. Ich kliere mal den Bildschirm. So, jetzt müssen wir das Apache Paket installieren. Dabei machst du ein apt install Apache 2. Jetzt wird das Apache Package installiert. Ich sage hier ja, das möchte ich machen. Das kann einen Augenblick dauern und ich komme wieder zurück, wenn das durchgelaufen ist. Das Paket ist durchgelaufen. Das war jetzt schon der ganze Zauber. Ich kliere nochmal den Bildschirm, damit das jetzt gleich übersichtlicher wird. Und jetzt machst du mal ein System CTL Status Apache 2. Und er ist aktiv und er läuft. Und wir werden das ganze jetzt noch überprüfen. Ich habe hier einen Browser. Ich mache mal ein Reload auf die IP-Adresse. Ah, da sehe ich schon den Fehler, weil es ist noch kein HTTPS. Gut, weil ich habe ja noch kein Sicherheitszertifikat installiert. Momentan ist es noch eine ungesicherte IP-Adresse. Das werden wir auch in den Laufe der Tutorials machen. Ich möchte, wie gesagt, so eine kleine Reihe machen. Und wenn du dann die IP-Adresse eingibst und diese Seite bekommst, kannst du sie durchlesen. Das ist so eine Übersicht über Apache. Und ja, das war eigentlich jetzt schon alles. Das war der ganze Zauber. Wie gesagt, in meinem nächsten Tutorial geht es darum, wie richten wir jetzt zum Beispiel zwei Domains ein und haben dadurch verschiedene Möglichkeiten. Ich sage an dieser Stelle wie immer Tschö mit Ö und ich hoffe, das Tutorial hat dir gefallen. Lass einen Daumen nach oben da. Und dann tschau, bis zum nächsten Mal. Und dann tschau, bis zum nächsten Mal.